das ja ja du bist Junge Mooon du bist Junge das ist nicht so schwer du bist Junge du bist Junge die Knarre weiter Mooon wir müssen nicht eventuell bleiben oder? Ja echt? und würdest und würdest und würdest hier noch in DH sitzen? dann bleibst du erst recht ja gar nicht mehr denken vor allem der Typ wurde gerade Mooon Digga du musst sagen was? Mooon 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 okay tschüss das funktioniert nicht warte ich müsste sehen was zu mir zu müssen warte hey 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 hallo oh oh wie richtig demotiviert ich geh mal weg bleib mal weg vom Bildschirm hey j na du heute schnitte warte 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 sonst würde ich mal auf mein spülen und dann setzt du das auf ganz auf ja mal weg hier setze 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 Mooon 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 Na was geht Mooon 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 Müde Mooon Mooon Bin ich so hässlich ja Mooon 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 Handy suchen die reingekommen der russ ist die sich beste bei uns beiden hat er immer ja und mit ein gekocht er hat wollen na ich weiß nicht im schritt da alles wird im schritt nein es ist ich will das machen ich will jetzt hey okay ich sage nicht alles im schritt hey 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 na alles fit im schritt Schöne Auskunft. Ja, Rumi ist auch alles fit. Ja. Tschüssig. Ja, wenn du daneben stehst. Oh, hi. Na, alles fit? Guck, jetzt kommst du jetzt hin zu weg. Hey, na, alles fit? Ich überleg aber... Nein, das ist alles fit. Okay, jetzt geht's rein. Na, alles fit? Ja, bei euch? Ja, alles gut. Freut mich. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Hm, ja, kann ich dich auch fragen. Wir sind einfach nur. Wer ist, wir? Warte, ja, die. Ich sehe nicht. Wir sind so fünf, vier. Oh, shit. Ja. Mach dich schon mal. Los. Was? 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 Sorry, wir sind so laut, das weißt nicht warum. Seid ihr Bruder und Schwester? Nee. Was dann? Was glaubst du? Ja, dann zusammen. Nein, Mann, echt nicht. Hä, was dann? Geschwister, stimmt schon. Ach so. Wie alt bist du? 16, du? 15. visor, ne, noch. Warte. Ich fühl mich verarscht. Ah, ich bin so verarscht! Nein, Schatz! Der riesen Pfirsich! Oh mein Gott! Ich will es nicht! Nein! 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 Der war bis zum 60! Hallo, Schatz! Oh... Holy... Mami, Mami, Mami! Oh Gott! Das war zu viel... Moin! Oh... Ich fühl bei dir? Ne, auch nicht! Was machst du so? Dig auf der Couch, du? Ich nicht! Was suchst du hier so? Sehr gut, ja! Auch! Was suchst du hier so? Äh, nix! Du? Snapchat, ich suche Leute, die mir auf Snapchat und Insta folgen! Oh mein Gott, schreib mich doch nicht an! Sagst du! Wie alt bist du? 30! 40! 40! 40! 50! Hi! Hi! Ich versuche jetzt Insta-Follower zu... Hi! 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 Tu! Und hier abspüssen bist du öffentlich meine Cam! Oh! 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 folg mir auf warte hier ich bekomme ich 5 Abonnenten nichts nichts n folg mir auf Insta so heiß ich auf Insta hier hier folg mir mal auf Insta oder auf Insta auf Insta auf Insta auf Insta folg mir mal auf Insta ich warte schon drauf folg mir auf Insta da nicht Level 1 ne folg mir mal auf Insta hey was geht das ist eine Frau oh hey was geht oh ja mir ist auch so langweilig Fußfetisch schau mal auf Insta so so jetzt zählt das ein hast du? ich schau hast du? hast du? schreib mir da mal schau mal auf Insta oh mein Gott das ist echt mal auf Insta ja das ist echt mal auf Insta Okay, schreib dir gleich zurück. Bis bald. Ich brauch nur die Abonnenten. Der hat mir gar nicht geschriegt. Ja, warum? Hey! Was? Weil wir auf Omeges sind und jeder zur Zeit im Internet ist. Was? Was meinst du, warum ich meistens nachts? Ihr habt mich echt angeschrieben. Ich hab wirklich eine Anfrage. Äh, tatsächlich. Krass. Ihr habt mir heil geschrieben. Ich schreibe heil zurück. Ich schreibe heil zurück. Krass. Von meiner Ex? Von welcher Ex? Oh. Bestätigen. Hi! Grüß dich! Oh! 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 ich bin hier nicht da ja aber das bildschirm ja warum sehe ich dich von da keine ahnung wie alt bist du 16 und du ja genau 40 so unangenehm Cringy Cringy Seh ich nicht Moin 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 Ja 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 Hey Moin 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 weiß ich nicht mehr, ich hab's vergessen. Wunderbar. Ja. Hast vergessen. Ja. Perfekt. Passiert, ne? Jo. Boah. Vier sich! Ja, bis zum Schluss. Moin. 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 Mami. Moin. Oh, jetzt war ein Opa. Moin. 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 Was mache ich hier? Moin. 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 Blois. Ne? Nichts und selber. Äh, auch nichts. Was machst du so? Ich lerne. Lernst du? Ja. Ablenkungsmanöver. Verste' dich. Nein, 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 nein. Gar kein Bock. ja, versteh ich. Wäre nur Scheiße, ne? Oh ja. Oh ja. Und du so? Ja, nix. Nix, nix. Nix, nix. Ja. Hau rein. Jo. Kropf. Hey, tschüss. Oh, mein Gott. So ein alter Sack, alter. Ich sehe nur nackte Männer. Oh, scheiße. Das ist nicht mal gekriegt. Moi. Moi. Na, ich gehe pennen. Oh, mein Gott. Was sind denn so viele alles hier? Das ist nicht alles. Du kannst dir mein YouTube-Video anschauen. Ja. Oh, mein Gott. Ciao. Ja. Oja. Oh. Oja. Neun. Alles fit. Interessant. Oh, der hat er schon gleich geparat, alder. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch gefällt das hier, falls ja dann wie immer liken und falls ihr mehr von meiner Schwester sehen wollt, dann schreibt Ausrufezeichen Lena in den Chat. Chat mal, was geht da? Alles klar? Ja, bei mir ist alles fit, bei dir? Robert, was machst du? Äh, Omega Chill, und du? Sucht Frauen, ne? Ja genau, aber gibt's ja selten hier. Ständig, du möchtest. Okay. Hallo? Hi. Bist du YouTuber? Bist du YouTuber? Nein. Ja, okay. Hier, wie heißt du? Warte. Muss ich hier eingeben, oder? Hier, das da. Nimmst du gerade auf? Ich nehm auf, ja. Cool. Find ich auch. Wie alt seid ihr? Äh, äh, weiß ich nicht. Cool, ich auch nicht, deswegen frag ich. Ich weiß nicht wie alt ich bin. Okay. Okay. Keine Ahnung. Versuch dich mal zu erinnern. Mh, ein bisschen schwer. Wieso? Weiß ich nicht. Okay, ich zähle jetzt einfach ein paar Zahlen und du sagst entweder jünger oder älter, okay? Äh, okay. Zwölf. Äh, älter. Dreizehn. Weiß ich nicht. Also, dreizehn. Äh, keine Ahnung. Sorry, aber ich spiele nicht mit Kindern. Äh. Gut, das war's. Dankeschön, tschau.